Alistair, da liegt ein toter Mensch in unserem Hotel. In das so was, wie kommt die Engel hier rein? Alistair, was hast du getan? Ich, ich, ja, was nicht? Erzähl mir, was passiert ist, Alistair. Ich hab ihn noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Warum hast du diese Person umgebracht, Alistair? Ich töne keine Leute. So was, so was würde ich nie tun. Sag mir, Alistair, was du gemacht hast, kurz bevor ich ins Hotel zurückkam. Okay, gut, ich war oben. Okay. Ich saß, ich saß in meinem Zimmer. Ja. Hab ich ein Buch gelesen? Weiter. Dann kam auf einmal dieser Typ rein. Ich bin auf ihn zugegangen. Ja. Und, äh, dann hab ich ihn 37 Mal in die Brust gestochen. Alistair, das tötet Leute. Äh, oh, oh. Alistair. Echt, das wirst du nicht. Mein Fehler. Wie kannst du sowas nicht wissen? Da hab ich mich wohl ein bisschen verkalkuliert. Was ist denn mit seinen Händen passiert? Bitte, was? Seine Hände? Warum, warum fehlen die? Nun, ich hab sie abgetrennt und gegessen. Alistair. Nun, ich hatte heiß und auf Hände und... Warum solltest du so etwas machen? Ich hatte Runde auf Hände, also lass mich. Alistair. Mama, ich hab ganz schön gewummelt. Alistair. Und nur Hände konnten ihn zufriedenstellen. Was ist nur in dich gefahren, Alistair, verdammt nochmal? Nun, ich töte Leute und esse Hände. Das sind zwei verschiedene Sachen. Immerhin. Sind 7. Wo? Vielen Dank.